Für wen haltet ihr mich, fragt Jesus die Menschen. Die Kirche gibt Antwort, mein Herr und mein Gott. Ganz viel gibt es in Aachen zu entdecken. Ich bin jetzt wirklich wegen der Heiligtür hier und die möchte ich gleich noch entdecken. Du Mensch bist mein Weg. Ich wohne in Aachen, das findet in Aachen statt, also wunderbar. Der Aachen war so cool. Es war einfach fantastisch und ich muss ehrlich sagen, sicherlich ein Highlight dieser Auftritt heute. Ein Highlight unserer Laufbahn. Es war ein tolles Ereignis. Bei strahlendem Wetter haben wir es geschafft, dass viele Menschen da waren, unterschiedliche Menschen, die viel mitgenommen haben. Ein Highlight unserer Laufbahn